Liebe Stadtquisser, schönen guten Tag. Mit dem Begriff Klebekiste ist ein Gebäude an der Ecke Friedrichstraße, Aderstraße gemeint. Es war das Vorläufergebäude des heutigen Versicherungskomplexes der Deutschen Rentenversicherung. Ältere Düsseldorfer kennen es als LVA Hochhaus, das zu den höchsten Gebäuden Düsseldorfs gehörte. 1895-1896 wurde das alte Geschäftsgebäude der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt Rheinprovinz errichtet. Nachfolger war dann die Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz. Klebekiste, das ist ein Spitzname, der an das damals übliche Einkleben der Versicherungsmarken erinnern sollte. Meine neue Frage lautet, Düsseldorf liegt ja schon ein ganzes Stück weg von den Weltmeeren, aber gerade hier finden wir den weltgrößten Seestern. Ich hätte gerne gewusst, wo genau kann man ihn denn in Düsseldorf finden?